Ich bin hier in einer alten Templerkirche von den Tempelrittern am Via Templare, den Templerweg in Albenga, Italien, wo die Tempelritter durchkamen auf ihrem Weg in die Schweiz, um die Schweizer Banken mit dem Templerschatz vom Pharao zu gründen. Hören Sie das Gebet in der Templerkirche. Jesus Christus und Gott, Schöpfer aller Dinge, bitte befreien Sie uns, mich und meine Familie, um Schweizer Joch und Kaiser der Menschheit, mit ihren Herzen voller Hass und ihrer Zungen, die nur Lügen verkünden und wo Luzifers angehäufte Reichtum der Welt liegt. Teufel, mein Name ist Schweizer, Satan, mein Haus ist Schweiz, bitte befreien uns aus der Schweizer Knechtschaft und beenden Sie den Schweizer Terror. Amen.